Die Bodenseeklinik Prof. Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de Vivien Gebbert hat gerade erzählt, sie fühlt sich inzwischen wie eine echte Münchnerin. Warum denn? Ja, ich weiß, ich bin eigentlich streng genommen nur eine Zugereiste. Aber ich wohne jetzt auch schon seit 6 Jahren in München. Und meine ganzen Mädels sind mittlerweile, sind alles Münchnerinnen. Und deswegen fühle ich mich super integriert und habe mittlerweile auch das Gefühl, ich bin auch eine echte Münchnerin. Du bist ja auch jedes Jahr hier auf der Wiesn. Fährst du eigentlich gerne Karussell? Was ist denn da das Wildeste, das du dich traust? Das wildeste Karussell, was ich tatsächlich fahre, ist das, nämlich Kettenkarussell. Alles, was sich um die eigene Achse dreht, da bin ich raus. Also, nee, da wird mir sofort übel. Aber so Kettenkarussell geht. Das erinnert mich so ein bisschen an früher. Und wilde Maus im Kreis, das geht auch. Aber alles, was sich so dreht und so und so, nee, da bin ich... Jetzt beim Kettenkarussell, ich finde es auch immer so schön. Und gerade mit deinen langen Haaren, die fliegen dann so, oder? Das ist ein spezielles Gefühl. Heute habe ich eine Brezel auf dem Hinterkopf. Eine Brezel? Ich habe die Haare verstaut, ja. Eine Brezel, eine Brezel, keine Brezel. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit deiner Brezel. Und allen eine schöne Wiesn. Ja, euch auch. Ja, geht's dir. Bis zum nächsten Mal.